Thomas More, seine Hinrichtung und die Kirchenspaltung 1535 Dienstag, 6. Juli 1535, kurz vor 9 Uhr. Es ist ein lauwarmer Sommertag, als der 58-jährige Sir Thomas More den berüchtigten Tower von London zum letzten Mal verlässt. Vom Tower zum Schafott auf dem Tower Hill ist es nur ein Katzensprung. Vor dem Turm wartet eine große Menschenmenge, um sich von dem beliebten ehemaligen Kanzler Englands zu verabschieden. Sir Thomas muss zwangsläufig ein letztes Bad in der Menge nehmen, um den Berg zu seiner Hinrichtung zu ersteigen. Angefangen hatten die Probleme des einstigen Vertrauten des Königs etwa sieben Jahre zuvor. Heinrich VIII. wollte seine Frau Katharina von Aragon loswerden. Aus der langjährigen Ehe war nur ein einziges Kind hervorgegangen, die Tochter Maria. Alle anderen Schwangerschaften endeten mit Fehlgeburten. Heinrich sehnte sich nach einem Sohn. Als er sich in Anna Bolin verliebte, verlangte er vom Papst die Ehe mit Katharina zu annullieren. Dies wurde in Rom abgelehnt. Anfang 1533 wurde Anna schwanger und der König musste schnell handeln. Er ernannte einen gewissen Thomas Cramner zum Erzbischof von Canterbury, ließ sich alsbald von Katharina scheiden und heiratete Anna Bolin. Um seine neue Ehe endgültig zu legitimieren, erließ Heinrich 1534 eine sogenannte Suprematsakte. Sie schrieb zweierlei fest. Das Kind Anna Bolins würde die Thronfolge antreten und Heinrich VIII. sei ab sofort das Oberhaupt der Kirche Englands. Noch einige Jahre davor hatte der gläubige Katholik Heinrich ein Werk veröffentlicht, in dem er Luther anprangerte und die Einheit der Kirche unter dem Papsttum unterstützte. Jetzt verlangte der König von allen Würdenträgern, auch von Thomas More, auf die Suprematsakte einen Ei zu leisten. Der Kanzler hatte schon lange Schlimmes befürchtet und war bereits von seinem Amt zurückgetreten. Als Grund nannte er seine angegriffene Gesundheit. Jetzt musste er trotzdem Stellung beziehen. More erklärte seine Bereitschaft, die Ehe mit Anna Bolin und das Thronfolgerecht für ihren Nachkommen bedingungslos anzuerkennen. Nicht aber die Ernennung Heinrichs zum Oberhaupt der Kirche. Der Grund, More bangte um die Einheit der katholischen Kirche. Luther lebte noch und die Kirche in Rom galt zunehmend als korrupt. Auch Thomas More hatte lange Zeit gezweifelt, ob das Amt des Papstes noch sinnvoll war. Familie und Freunde verstanden also nicht, dass er sich lieber im Tower von London einsperren ließ, als Heinrichs Ablehnung der päpstlichen Autorität gut zu heißen. Die 15 Monate, die Sir Thomas im Tower dahin vegetierte, zermürbten ihn nicht, sondern bestärkten ihn in seiner Überzeugung. Er weigerte sich, von seinen Prinzipien abzuweichen. Heinrich musste seinen geschätzten Berater schließlich hinrichten lassen, um sein Gesicht zu wahren. Handlange des Königs leisteten mein Eide, um Sir Thomas des Hochfahrrats zu überführen. Auf dem Schafott wendet sich nun Sir Thomas an die Menschenmenge. Als Heinrich die Nachricht von Mors Enthauptung erhält, sagt er nachdenklich. Ist er denn tot? Dann sieht er die neue Königin an. Sie, sie sind die Ursache für den Tod dieses Mannes. Kaum ein Jahr später muss auch Anna Bolin aufs Schafott, wegen einer fingierten Liebesaffäre. Tatsache ist, Heinrich ist ihrer überdrüssig, nachdem auch sie ihm keinen Sohn geschenkt hat, sondern nur eine Tochter namens Elisabeth. Mit der Hinrichtung Thomas Mors im Juli 1535 war die Spaltung der katholischen Kirche endgültig vollzogen. Der katholische Kirche endgültige, nachdem, der Kastolische Kirche endgültig vollzogen. Untertitelung des ZDF, 2020